moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video ich bin mal wieder euer pet und heute spielen wir mal wieder eine runde brothers mit dem elia brothers und dann starten wir auch mal direkt hier in eine runde er ist doch irgendeiner ich hab's doch was ist doch scheiße kacke pass auf okay da bin ich wieder jetzt müssen wir auch wo kommt dieser schaden ach du kacke komm eine runde geht eine runde geht noch gut ich gehe hier auf diese zwei boxen so jetzt haben wir schon mal drei cubes das ist gut kann man mitarbeiten bye 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 fang das war's wohl mal wieder mit dir ja final elia pass auf elia pro bitte ja das war's auch wieder mit dem und somit haben wir eine runde verloren und eine gewonnen da kommt eine geht noch eine geht da haben wir schon mal zwei cubes und damit ist nur einer die haben wir aber oi 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 pass auf elia pro ja gg was soll man da machen dann würde ich noch mal einen anderen brauer nehmen einfach so zum schluss gegen die gute bell würde ich mal oi 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 das ist eine schwere runde Komm, jetzt nicht verrecken. Nicht verrecken. Ja, gut. Wichtig. Weiter so. Okay, gut. Den haben wir. Nein, schade. Schade. Wenigstens aber noch zwei da. Ja, und ich würde sagen, das war die letzte Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.